Hello again, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video sprechen wir über richtig, richtig gute PowerPoint-Präsentationen beim Kunden, denn auch eine Präsentation ist ein Verkaufsgespräch. Und wie das funktioniert und welche sieben Punkte du beachten solltest, das erfährst du gleich. Wenn du regelmäßig bei neuen Kunden am Tisch sitzt, um dein Unternehmen vorzustellen, dann hast du vielleicht irgendwo eine PowerPoint-Präsentation dafür bereit. Also die liegt irgendwo auf dem Laufwerk F, die ist Standard bei euch im Unternehmen, die gibt es schon seit 8 Jahren und du musst auch diese nehmen, so wie sie da liegt. Und wenn du das Ganze dann vorträgst beim Kunden, dann sage ich dir, bei aller Liebe ist das in der Regel stinklangweilig. Also wirklich stinklangweilig. Und was passiert? Du verlierst den Kunden, du verlierst Aufmerksamkeit, du kannst gar nicht den Nutzen stiften, den deine Produkte oder Dienstleistungen mitbringen und am Ende dann wirklich den Kunden dazu führen, eine Entscheidung zu treffen, im optimalen Falle pro deines Unternehmens. Alles schwierig, alles, alles sehr, sehr schwierig. Und deswegen bekommst du in diesem Video sieben Punkte, die du mitnehmen solltest für eine erfolgreiche Präsentation, für eine dynamische Präsentation beim Kunden. Denn die Unternehmensvorstellung, die ist nun auch einfach mal notwendig, wenn du neu in ein Unternehmen hereingehst. Punkt Nummer 1. Du startest deine Präsentation mit einer Gesprächseröffnung. Das heißt, du hast im Hintergrund schon die Startfolie deiner PowerPoint-Präsentation am Laufen. Da ist vielleicht irgendwie das Firmenlogo drauf oder das Firmengebäude. Und dann gehst du aber in die Gesprächsführung und sagst so, liebe Leute, schön, dass es heute geklappt hat. Mein Name ist Robert Wilhelm und das Ziel aus dem heutigen Termin ergibt sich aus meiner Sicht in folgenden Punkten. Oder du sagst einfach, mein persönliches Ziel für den heutigen Termin ist. Und genau dafür haben wir die nächsten 60 Minuten, 90 Minuten Zeit. Ganz wichtige Frage, welche Erwartungen haben sie denn noch mitgebracht? Das ist gut, weil du spielst den Ball zurück. Der Kunde sagt, das erwarten wir uns von dem Gespräch. Du schaffst eine Ebene, wo ihr beide unterwegs seid. Und dann sagt er, okay, wenn wir mein Ziel und ihre Erwartungen deckungsgleich, dann Geschäft. Sehr, sehr cool. Guck dir bitte mal im YouTube-Channel das Video dazu an. Es gibt ein Video, wo ich über Gesprächseröffnung gesprochen habe. Du schaffst Atmosphäre, du klärst Zeit und Ziel und die Erwartungen des Kunden. Und das Wichtigste ist, nochmal, auch hier, mit einer Gesprächseröffnung übernimmst du die Gesprächsführung. Und, ganz wichtig, verschiebst Gesprächsanteile in Richtung der Kunden. Und darum geht es. Also wenig reden, viel zuhören, aber trotzdem derjenige sein, der durch das Gespräch führt. Cool, ne? Bevor du mit deiner ersten Folie beginnst, bevor du irgendwie eine Agenda an die Wand wirfst, wer sitzt denn eigentlich auf der Kundenseite? Also wenn du nach Erwartungshaltungen fragst, dann hast du wahrscheinlich denjenigen gefragt, mit dem du den Termin vereinbart hast. Aber rechts und links sitzen ja vielleicht auch noch welche. Vielleicht sitzen auch mal sechs oder acht Leute da. Buying Center. Gibt es alles. Dann musst du fragen, können Sie mir vielleicht ganz kurz einen Abriss geben, wer ist noch mit dabei, damit ich da einen Überblick habe. Bevor du nicht weißt, wer auf Kundenseite sitzt, solltest du nicht beginnen zu präsentieren. Hat den einfachen Hintergrund, da sind die Entwickler, da sind die Konstrukteure, da ist der Geschäftsführer, da ist der Einkauf. Wenn du jetzt nur mit Einkauf und Geschäftsführer sprichst, weil du denkst, Preise müssen passen, verlierst du die Anwender. Wenn du nur über Anwendungen sprichst, verlierst du diejenigen, die das Kaufmännische im Blick haben. Und dann passiert folgendes, ist letztens erst wieder passiert, ein Kunde, also vier Leute sitzen da und einer von denen, der geht raus, der muss auf Toilette, der holt sich noch einen Kaffee, der guckt beim Handy irgendwie, wer heute in der Liste steht für Fußballspiele, also was heute noch so an sportlichen Aktivitäten ansteht. Du verlierst einfach die Aufmerksamkeit und willst ja auch wissen, wer sitzt wo, um die dann dementsprechend mit ihren Themen immer wieder einzubinden, weil du möchtest ja interaktiv sein und nicht Vortragsmodus on, 80 PowerPoints und wenn alle eingeschlafen sind, dann hole ich euch wieder zurück, dann mache ich euch wach. Und damit die nicht einschlafen, solltest du in deiner Präsentation immer wieder einen Nutzen stiften. Wenn ich diese Präsentation sehe und ich optimiere die regelmäßig, dann sehe ich einfach folienüberfrachtete Werke mit Merkmal und Features, Merkmalformulierungen und Features, die da angeboten werden, wo du aber erstmal drei Stunden überlegst, was habe ich denn jetzt davon als Kunde. Deswegen schau immer, wenn du eine Folie gestaltest, dass du einen klaren Nutzen hast. Tipp, in einer technischen Branche musst du über Merkmale sprechen, ist wichtig. Du kannst aber in der PowerPoint rechts ein Kommentarfeld öffnen und in das Kommentarfeld schreibst du für dich die Nutzenformulierungen auf. Das, was wirklich am Ende beim Unternehmen passiert. Geld sparen, Zeit sparen, Geld verdienen, Sicherheit, Flexibilität. Da schreibst du dir ein paar Stichworte hin und du übst ja natürlich die PowerPoint, bevor du das erste Mal zum Kunden gehst. Also druckst du dir die Folienübersicht aus und dann siehst du einfach, okay, das ist die Folie, das ist der Nutzen, den ich stiften möchte und das ist das, was ich sage. Und links daneben siehst du, das ist das, was auf der Folie steht. Weil dann siehst du direkt immer, habe ich gerade das Richtige im Blick oder verliere ich mich in Merkmalen und langweile den Kunden. Übrigens, den Kunden langweilen, du musst dynamisch und aktiv sein. 80 Folien PowerPoint oder 30 Folien PowerPoint heißt nicht, ich starte jetzt, also jetzt ich starte und in 30 Folien dürfen wir wieder reden, weil ich muss das jetzt durchziehen. Ich gebe dir mal ein Bild, du stehst irgendwo im Wald, du hast einen großen Baum und an diesem Baum hältst du dich jetzt fest. Das ist deine Präsentation, die gibt dir Sicherheit. Der Baum gibt dir Sicherheit. Und jetzt kommt aber irgendwie eine Situation, wo du nicht darauf reagieren kannst oder möchtest oder willst, weil du den Baum nicht loslassen möchtest. Und ich sage dir, du musst den Baum loslassen, wenn du dynamisch sein möchtest, wenn du den Gegenüber aktivieren möchtest. Jetzt erinnere dich doch mal an die Überzeugungsketten bzw. wie wir Menschen Entscheidungen treffen. Wir müssen verstehen, was haben wir davon. Wir brauchen die Merkmale als Begründung. Jeder Mensch liebt Begründungen. Jeder Mensch braucht Begründungen. Wir brauchen andere Menschen, die das schon entschieden haben und erfolgreich damit arbeiten. Und wir brauchen Aktivierung, indem jemand sagt, wie zum Beispiel derjenige, der gerade die Präsentation macht, ganz kurze Frage zu diesem Thema. Wie sehen Sie die Einsatzmöglichkeiten in Ihrem Unternehmen? Wie klingt das grundsätzlich für Sie? Wie groß ist Ihr Interesse, das Ganze mal mit aufzunehmen, damit wir auch später diese Vorteile in Ihrem Unternehmen erreichen? Du stellst die Frage und holst dir die Antwort. Und genau so baust du das Schritt für Schritt auf. Nicht, hier kommen mal zehn Folien über unsere Produkte, sondern da kommt eine Folie, da stehen Merkmale drauf, aber ich erzähle dazu erstmal den Nutzen. Und eine Folie weiter kommt ein direktes Anwendungsbeispiel. Dieser Kunde hat schon genau aus einer vergleichbaren Branche damit gearbeitet und folgendes Ergebnis erzielt. Und übrigens, wie interessant ist das für Sie? Hallo, hallo, ich brauche Feedback, wir sind hier aktiv, interaktiv. Es ist nicht Frontbeschallung. Braucht Sie schon, ich brauche Ihre Meinung, weil nur dann können wir Hand in Hand partnerschaftlich gut Geschäft machen. Ganz wichtig, elementar, auch ausschlaggebend für dieses Video, weil es ist ein Verkaufsgespräch. Eine Präsentation ist ein Verkaufsgespräch. Bevor ich zum nächsten, nee, machen wir später. Nächster Punkt. Arbeite mit Bildern. Wenn du eine PowerPoint hast, PowerPoint betreutes Lesen, hat so ein Bart, sei mal neuartig, sei mal interaktiv. Ich als Trainer schreibe irgendwie auf dem iPad und werfe es an die Wand oder nutze den Flipchart oder habe Moderationswende. Aber du kannst natürlich mit einer PowerPoint arbeiten. Natürlich, als Verkäufer, klar, mach das. Aber dann baue Bilder mit ein. Beispiel, du hast irgendwie eine Folie, da stehen in sieben Punkten so Bullet Points. Wer ist dein Unternehmen? Also wann wurde es gegründet? Wann wurde welcher Partner dazu geholt? Wann wurden weitere Standorte eröffnet? Und welches Team arbeitet da jetzt? Also da steht dann irgendwie, mittlerweile 80 hochmotivierte Mitarbeiter. Ganz ehrlich, es gibt ein Foto von deinem Inhaber, als der das Ding gegründet hat. Von der Mutter, also von dem Mutterunternehmen. Wie auch immer, in welcher Unternehmensstruktur. Ich finde immer ein Bild, wo ich sage, da ging es los. In der Garage oder in dem Wohnzimmer oder mit der Idee. Machst du ein Bild rein, erzählst kurz was dazu. Wenn ein neuer Standort dazu kommt, ja, dann machst du halt ein Foto rein von dem neuen Standort. Wenn ein neuer Partner dazu kommt, dann kommt das Firmenlogo vom neuen Partner da rein. Alles andere erzählst du und dann bist du im Storytelling. Bei den Mitarbeitern, überleg doch mal, 80 hochmotivierte Mitarbeiter interessiert keinen. Im Bild von den 80 hochmotivierten Mitarbeitern, das wollen wir sehen. Die Menschen, die dahinter stehen. Zeig die Menschen, die hinter dem Unternehmen sind. Und dann hast du einfach ein Storytelling. Du hast statt einer Folie mit 8 Bullet Points, die 20 Minuten dauert, hast du 8 Folien mit 8 Bildern, die eine Geschichte erzählen. Und diese Geschichte erzählst du. Lustig, lebendig, aktiv. Und dann hast du eine ganz andere Aufmerksamkeit, als wenn du, wie gesagt, die Folien mit Text überfrachtest. Arbeite mit Bildern. Sei kundenspezifisch. Sei kundenspezifisch. Und ich sage es in einem Satz, lass auch mal den Baum los. Das Beispiel ist, du bist bestmöglich vorbereitet auf diese Branche, auf diesen Kunden. Das ist der absolute Neukunde. Und du willst einfach deine 45 Folien durchziehen. Aber nach der 8. Folie sagt der Einkaufsleiter, wie viele Stück müssten wir denn nehmen, um folgenden Preis zu erreichen? Weil das, was ich gerade in den Augen meiner Anwender gesehen habe, sind brillanten. Also die glänzen schon. Es gibt ein ganz klares Kaufsignal von beiden Seiten. Und das schon nach der 8. Folie. Bitte lass den Baum los, der dir Sicherheit gibt. Du bist auch im Freien sicher. Und sag, ganz klar, das ist die Antwort. Gehen wir da jetzt tiefer rein und klären das. Du willst ein Problem lösen. Und schauen uns dann später noch das an, was ich mitgebracht habe. Klär erst mal das, was der Kunde gerade auf den Tisch geworfen hat. Nicht sagen, das möchte ich gerne jetzt mal zurückstellen, weil ich habe noch irgendwie 30 weitere Folien. Sondern geh darauf ein, das interessiert ihn gerade. Und später kannst du sagen, Folie 8, Folie 8 sagst du nicht, aber wir sind beim Thema XY jetzt gerade sehr tief reingegangen. Haben da eine schöne Lösung gefunden. Sagen sie, von den weiteren Themen, was interessiert sie denn noch? Wo sollen wir nochmal tiefer reinschauen? Hol dir einfach das Feedback. Lass den Kunden entscheiden, welche Folien er sehen möchte. Und dann hast du eine ganz andere Präsentationsart. Und am Ende des Tages, das ist jetzt ein offenes Geheimnis, ist es einfach schön für uns Menschen zu wissen, wann geht es, wie weiter und wo werden wir uns wiedersehen. Beziehungsweise wer hat auch welche Aufgaben bis dahin zu tun. Ganz klar, verbindlich und vollständig. Vollständig heißt, jeder weiß, wie es weitergeht. Ich meine gut, wenn ihr jetzt feststellt, passt nicht. Dann trinkst du den Kaffee aus, bedankst dich, stellst vielleicht noch eine Empfehlungsfrage. Alles ist gut. Aber wenn du siehst, hier geht wirklich was. Geschäft ist geebnet. Dann klär doch bitte, wer hat welche To-Dos. Wann sehen wir uns wieder? Wo sehen wir uns wieder? Und wie ist dann der weitere Prozess? Damit jeder weiß, ich muss jetzt die E-Mail schreiben, die Information aussuchen. Ich muss das machen. Und wenn das dann alles zusammengeworfen ist, dann haben wir ein Match und dann können wir loslegen. Das ist einfach ein Verbindlichkeitstool, was häufig unterschätzt wird. Und so haben wir hier sieben Punkte, die dich in die Lage versetzen, eine PowerPoint-Präsentation mal anders zu machen, mal dynamisch zu gestalten, den Kunden zu aktivieren und mitspielen zu lassen. Das, was du dann in dieser Zusammenfassung hast, ist sozusagen schon dein Vorabschluss. Und damit machst du dann weiter im Folgetermin, im Folgegespräch. Sehr, sehr cool, denn wir haben das mit einem Kunden sehr intensiv geübt. Und ich habe am Dienstag gesehen, wie es normalerweise läuft. Wir haben darüber gesprochen, wir haben es optimiert, wir haben geübt. Und wir haben es am Mittwoch dann nochmal gesehen, wie es mit diesen sieben Punkten ausschaut. Und ich kann dir sagen, das war um einiges besser und das hat jedem sehr, sehr gut gefallen. Deswegen, ich kann es dir nur ans Herz legen. Beachte diese sieben Punkte. Und wie immer im YouTube-Video-Channel, Video-Channel ist auch, im YouTube-Video-Channel ist es mir natürlich eine Ehre, wenn du sagst, das Video war gut. Ich gebe mal einen Daumen nach oben und abonniere doch einfach den Kanal, dann sehen wir uns im nächsten Video auch wieder. Und ich freue mich drauf, ich wünsche dir ganz viel Spaß in der Umsetzung und maximale Erfolge. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.